Herzlich willkommen! Du hast gerade die Wegbereiterin für deine Karriere gefunden. Mein Name ist Britta Barlock und ich bin Karrierecoach und Autorin. Ich arbeite seit vielen Jahren mit engagierten, erfahrenen Führungskräften, die ihre Entwicklung im Blick haben, die zielstrebig und offen für lebenslanges Lernen sind. Ich ermögliche dir deine berufliche Erfüllung. Wann sollten wir beide miteinander sprechen? Wenn dein Hamsterrad geradezu schnell dreht, dich deine berufliche Sandwich-Position überstrapaziert, du dich ausgebremst oder verbal unterlegen fühlst, deine Fähigkeiten wirkungsvoll unter Beweis stellen möchtest, um dich für den nächsten Karriere-Schritt zu empfehlen, du nach Veränderungen suchst, aber keine Vision hast, deine Zeit effizient einsetzen möchtest, damit du mehr Freiraum für Familie, Freunde und Freizeit hast. Lass uns deine Herausforderung an den Hörnern packen. Gemeinsam arbeiten wir effektiv an deinem Ziel. Wir finden die richtigen Schritte für deinen persönlichen Erfolgsweg. Gern bin ich deine Wegbereiterin für deine Karriere und helfe dir dabei, zur unwiderstehlichen Führungspersönlichkeit zu werden. Warum solltest du gerade mit mir arbeiten? Mein langjähriger internationaler Berufsweg hat mir viele Türen und Erkenntnisse eröffnet. Von der Schweizer Fünf-Sterne-Hotellerie über drei Olympische Spiele zum Kulturengagement einer Deutschen Bank bis hin zu meiner über 20-jährigen Selbstständigkeit. Jeder Tag mehr, an dem du zögerst, deinen Aufbruch verschiebst, deine Hürden nicht ausräumst, deine Themen nicht anpackst, verhindert deinen Erfolg. Deshalb greife jetzt zum Hörer oder schreibe mir jetzt eine E-Mail und wir vereinbaren einen kostenlosen Kennenlerntermin. Mein Label und mein Buchtitel lauten Benimm ist in. Zu benimmen gehört eine gute Kommunikation, Achtsamkeit und Wahrnehmung, der richtige Ton, Gestik und Mimik und tatsächlich eine Vielzahl von Soft Skills wie zum Beispiel Selbstdisziplin, Konfliktfähigkeit, Flexibilität und Selbstbewusstsein. Ausschlaggebend für deine Karriere sind deine Kompetenzen, die sogenannten Soft Skills, also die weichen Faktoren und die Business Etikette. Die Soft Skills zu beherrschen und auf der Klaviatur spielen zu können, ist die hohe Kunst und unterscheidet dich erkennbar von vielen anderen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und mit dir an einem Thema zu arbeiten. Britta Barlow, deine Wegbereiterin für deine Karriere.